Ich bin bewusstlos am Boden, von hier aus kommt das Feuer und ich möchte denjenigen ohne großen Kraftaufwand aufheben. Dazu benutze ich die Hose, ziehe ihn ein bisschen zur Seite, dass ich mit meinen Schuhen drauf treten kann. Möglichst eng. Ziehe einem rechten Arm mit beiden Händen, stelle mein linkes Bein dahinter, bleibe den Rautheckgriff und zwar so, dass die Daumen oben drüber sind, oben drüber und ziehe den versetzten Bein.